Hallo Leute, heute gibt es mal einen Teil 2 von den täglichen Herausforderungen und sozusagen ein Banden-Special. Weil wir ja heute den Geier, die Johannisbeere, Roten Salbei, alles in der Nähe von Tumbleweed und Armadillo finden können, habe ich euch Urzeiten von Bandenverstecken rausgesucht. Und zwar 12 Stück in der Nähe von Tumbleweed, Armadillo, Benedict Point, McFarlane Ranch und was da alles so in der Wüste ist. Es sind 7 Bandenverstecke und es sind 12 Uhrzeiten, die könnt ihr heute gut gebrauchen. Ich sag mal, ciao. Ich sag mal, ich sag mal, ich sag mal. Ich sag mal, 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 ich sag mal Untertitelung des ZDF, 2020